so liebe leute da bin ich wieder wir laden jetzt den speicherstand machen wir weiter so 16 56 ja ich gehe jetzt erst noch mal zurück weil da hinten mit der luke das scheint mir noch nicht so ganz richtig zu sein und mir geht es dann fucking hier kommt doch mega auf den nerven so jetzt aber gut haben wir da schon mal ruhe so von hier bin ich gekommen ok dann war das war es nicht das war es das war es hier ist der durchgang wo wir eben waren mal gucken ob es hier noch mehr gibt storm drain hatch was Ah, jetzt sind wir wieder hier, okay. Okay, das ist noch nicht offen. Dann gehen wir wieder zurück. Nein, 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 warte einen Sekund. Oh, fuck, Alter. So, erstmal die Blödsauter wegbumsen. Dann gehen wir wieder hier hin. So, jetzt sind es hier natürlich einige Flachmänner von diesen Spezialkräften. Tja, haben wir denn irgendwas, womit wir die schnell ausschalten können? Nichts so wirklich, ne? So, war es das jetzt. Stormtrain hatch. So. So. Tja. Stormtrain hatch. Da haben wir gerade irgendwas geöffnet. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass das diese blöde Luke da ist, dieses Ventil. Nein. Nein. Ach, die Mine habe ich vergessen. Die Luke ist aber offen. Okay, now we have a way to go. Oh. Jetzt versuchen wir mal da ein bisschen besser durchzukommen. Hmm, aber wie. tja zum beispiel so was ist das so ich hab noch zwei Granaten im Gewehr speichern endlich geschafft hat jetzt auch lang genug gedauert blöden Viecher ey okay Scheiße. Wee. 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 Wee.